So, das ist Jennifer jetzt nach acht Monaten Trageszeit von den Treadlocks, gell? Ein bisschen ganz schön rausgewachsen und ich würde sagen die Nacharbeit lohnt sich auch nach acht Monaten. Und wie war das? Tragekomfort? Wie hast du das gefunden mit Treadlocks zu sein als mit deinen Haaren? Wunderbar. Sind immer weicher geworden geworden. Sehr zufrieden. Ich konnte viele Frisuren machen. Schön. Wunderbar. Okay. Dann zeigen wir nachher wie sie geworden sind. Jetzt bist du aber froh, gell? Ja, es hat ein bisschen lang gedauert. Die waren auch ziemlich viel rausgewachsen. Wenn du dich mal drehst, kann man das sehen, wie sie geworden sind. Sehr schön. Ja. Sehr zufrieden. Ja, danke schön. Bis nächstes Mal. Nächstes Mal kommst du ein bisschen früher. Ja. Okay. Ja. 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 Ja.